So, ich habe jetzt noch eine Eben-Mission off-screen gemacht und zwar Waffen sammeln, 50 Stück für den Couch gemacht. Ich brauche auch nie meine Spezial-Fähigkeit. Ich habe mir 50 Waffen abgegeben und konnte die Revolution noch anschauen. Und ich habe meinen Super-Laser vernichtet. Das muss ich machen. Jetzt habe ich den komischen Scheiss-Schroten bekommen von meinem Kollegen. Den Laser wären mir eigentlich lieber gewesen. Und jetzt, wo ist das eigentlich? Soll ich überall sein? Soll ich überall sein? Das ist ja nun unser Datapad. Ich kann es noch einmal übersehen. Es ist lustig, dass ich hier bin. Ich weiß nicht, ob das schon die ganze Zeit hier lege oder ob das erscheint. Ich weiß nicht, dass es erscheint, dass du eine Mission machst. Das kann ich nicht sagen. Das ist alles. Das ist doch so. Ich weiß nicht, dass wir das Haus sind. Das muss jetzt schon aufgeholt sein. Jetzt lade ich ihn noch ab. Ich habe extra viel Gesundheit. Es geht lang bis sie verreckt. Das ist eine banale, einfache Mission. Das Gemüse-Aumstie bis jetzt. Das sieht doch hier am Wagen aus. Bitte durchsuche ihn, urtigst möglich. Was von Wagen? Ich stehe nach vorne. Da habe ich auch keinen Bock. Habe oben drauf, nehme ich ihn. Wie ist das Ding? Das ist ein Wagen und ich suche ihn. Ich verstehe ihn schon. Das ist wahrscheinlich falsch. Das ist sicher auch drauf. Okay, baby. Ich habe ihn nicht ausgerufen. Ich mache ihn nicht ausgerufen. Ich mache ihn nicht. Direkt stark. Aber sie streut enorm. Es ist doch beim Wagon. Durchsuchen? Ich kann diesen Wagon nicht durchsuchen. Der ist nicht dort. Was war das? Was war das? Der hat keine Waffe gezogen oder andere? Hä? Was ist das? Nein, jetzt bin ich dort oben wieder. Ernst. 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 Was ist denn da? Ist das eine Kack-Mission? Das kann irgendwo sein. Geht rein in die Dinger. Die sehe ich schon. Vorsicht! Luftreserven auf 50%. Das ist ein bisschen Damm dort. Ja. Das ist ein bisschen Damm dort. Das ist ein bisschen Damm. Maren, mein Liebster. Ich sitze im Wrack unseres Wagens fest. Umzingelt von üblen Banditen. Wenn du diese Nachricht hörst. Vergiss mich. Lebe in Freiheit. Leb wohl. Wie schrecklich. Ich erspähe keine Leiche. Vielleicht atmet Deidre ja noch und wurde nur in die Banditensiedlung in der Nähe verschleppt. Ich markiere dir die Position auf deinem Echo. Bitte Kammerjäger, finde meine Liebste. Weile sie noch unter den Sternen. Das ist halt spannend. Ooooooh! Aus, aus, aus! 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 Aus! Was soll das? Wieso killst du meine Männer? Und ist das meine Echo-Nachricht? Miren schickt dich, oder? Er wirkt nett, aber der Typ spinnt total. Ich wache nachts auf und er starrt mich an. Ich gehe Freundinnen besuchen und er fällt mir. Am Hochzeitstag wollte er, dass wir beide Selbstmord begehen. Da wusste ich, es muss weg. Deshalb habe ich meinen dramatischen Tod inszeniert. Warum killst du den Arsch nicht? Nein, Miren hat wahnsinnig viel Verwandte. Die würden sich lächeln wollen. Aber ich habe keinen Klang, Hammerjäger. Er ist durchgeknallt, aber er sollte Miren überzeugen, dass ich sowas von tot bin. Hörst du mich? So Typen hasse ich. Ich bin dabei. Miren lässt mich nur in Ruhe, wenn ich tot bin. Also töten wir mich. Naja, meine missratene Zwillingsfresser Maureen. Miren weiss nichts von ihr und sie ist genauso Gaga wie er. Sie ist aus dem Gefängnisort gebrochen und versteckt sich in der Nähe. Finde sie, kürze sie und zeig Miren in der Leiche. Ganz einfach, oder? Warum töten wir? Wir könnten sie ja zu ihm bringen, weil sie im Kaka-Zwillingsfresser ist. Mach dich los! Ernsthaft, mein Tod fingiert sich nicht von selbst. Auf die Post. Hast du nicht? Ist hab ich mir god 안�َ schläft, habe ich über die Zeitverzugereiten! Das gehört ja auch noch. Ah, jetzt ist das hier noch ein Modell! Ja! Feuer! Scheiße! Das ist kaum mach ich da. Zauber um. So, dann zurück. 8. 5. 5. 5. 6. 5. 10. Oh, auf für wird. Und wieder abwerfen. Ich habe immer noch keinen Slot bekommen. Ich habe nur noch weiss. Da könnte ich wenigstens einen grünen installieren. Schild ist aber nun mal ein Level 7. Dann haben wir ab. Das ist ein Standard. Das ist ein Standard. Wir haben auch noch einen Grün. Ich finde, das ist ein Problem. Aber ich will weg, Sanja. Nein, ich will. Ich weiss nicht, ob ich das Ding muss einschalten. Ich weiss nicht, ob ich es ausschalten kann. Ich weiss nicht, ob ich es ausschalten kann. Jetzt geht es nicht. Irgendwie habe ich es mal ausschalten, wenn es gelaufen ist. Es sind seltene Muni-Rageten. Ich weiß nicht, ob es genau so ist, wie... ...was das Ding macht. ... 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 Okay, dann haben wir eine Mission gemacht. Dann kann ich noch schauen, wie das mit den Waffen herauskommt. Jetzt muss ich sicher wieder quer daraus. Nein. Hier wieder so abschliessen. Mal wieder da. Ah, shit. Wie ist das? Die Brücke ist da nicht angestammt, wie ich meinte. Jetzt geht es wieder da rauf. Jetzt sind wir echt gekommen. Komm. Ich spiele nicht draussen. Der Kack, Scheisse. Und zum nächsten Mal. Ich bin schon mal krank. Ich bin schon mal krank. Ich bin schon krank. Ich bin schon krank. Ich bin schon krank. Ich bin schon krank. Das ist ja so, dass wir die Kärchen nicht wieder vertreten haben. Danke, dass du meine irre Schwester gekillt hast. Ich schlafe besser, wenn ich weiß, dass sie und Myron nicht mehr leben. Vorsicht, Eingrück ins Vakuum. Ist da hier irgendwo noch was versteckt? Einen Moment, ja. Geht es dir das Ding in die Garage, aber das ist immer noch ... Ich kann hier den Abschluss auch noch geniessen. Die Offenlieferungsgeschichte. Das sieht für mich gleich aus, als wäre das gar nicht ... Die Liberation ist da auf das Manu auf der Stadt. Ich weiß nicht, ob du diese Mission überhaupt machen soll. Was macht der? Irgendwie musste ich den Laser kaputt machen. Das war eigentlich doof. Was hier passiert. Ich hoffe nicht, ich habe jetzt die Revolution gegen unsere Leute unterstützt. Das wäre echt scheisse. Du bist wahrlich einer von uns, mein Freund. Einer, der liefert. Einer, der gibt. Ein Botschafter der Hoffnung, bereit, Schulter an Schulter zu stehen ... ... mit der Volksbefreiungsarmee und zu sagen, es reicht. Aus diesen Knarren werden wir eine furchtbare Waffe schmieden, die die alte Ordnung in ihren Grundfesten erschüttert. Wir erklären der Bedeutungslosigkeit den Krüge und wir kämpfen ihn mit ... Kunst! Das heißt Fidel Castro oder so. Echte Kunst, die einen Standpunkt vertritt. Mächtiger als eine Million Kugeln und weit weniger blutig. Sehr schön gemacht. Diesmal hat es diese Volksbefreiungsarmee echt geschafft. Ich kapier's nicht. Naja, es ist eine Metapher. Du weisst doch, was eine Metapher ist. Oder? Ist das ein Skag? Ich rede nicht mit Leuten wie dir. Es ist ein prünzeptliches System in der Stadt durcheinander. Juhu. Es ist so nützlich wie ein Sandkasten in der Sahara. Eigentlich hatte ich mal eine Nebenmission, die ich auf die Station musste. Ich weiss nicht, ob die einfach abgelaufen ist. Und das ist nicht mehr. Wahrscheinlich, wenn du eine Mission machst, kannst du eine andere nicht mehr machen. wir prüfen. Es geht jetzt wieder runter. Die anderen können immer wieder die Rekrutierungsrunde machen. Die anderen können auch die Rekrutierung machen. Ich glaube, ich habe ein grosses Teil bekommen. Hier gelb, oder? Das Nummer. Wir wünschen Ihnen keine Panik. Drehen Sie sich langsam um und wenn Sie dann schreien... Dann haben wir Bandit-Sparmer. Dann nehmen wir mal das Gewehr. Jetzt haben wir Granaten-Mob. Drei Objekte geben, sonst kriegst du nichts, Soldat! Mal schauen, was man hier macht. Die gehen nicht, also nehmen wir noch das 30 Gewehr. Drei Objekte, Soldat! Ah, Moment. Jetzt muss die gleiche Farbe. Dann nehmen wir Sonnenmode. Wandlung beginnt in Hürzeln! Das sollte eine Sprengwaffe da wahrscheinlich. Spar dir etwas Glück für das Schlachtfeld auf, Soldat! Der ist noch blau, aber nur Level nicht. Dahlwandler-Technologie! Wir wandeln um, was ihr uns bringt! Der Laser ist aber jetzt schon scheisse. Aber ich hatte doch noch ein paar andere. Gut, den habe ich auch so dämlich verwandelt. Gib mir drei Objekte, Soldat! Fäll Vorgaben Ende! Optimales Resultat! Mit den Mods zu tun, aber wie ist es denn mit Mondstein? Ich hatte doch gesagt, gibt es die besten Ergebnisse. Steck drei Objekte rein, wenn du hier was wandeln willst! Aber die gehen, glaube ich, nicht an die Schildenkante von oben. Wir machen blau. Ah, mein Hund wieder. Geht mir was zu wackeln, Soldat! Geht mir was zu wackeln, Soldat! Mein Hund nervt manchmal. So, dann nehmen wir Schraut. Verbessern die. Da sind ein blaues Ding. Wo wir natürlich jetzt nicht nach Hause haben. So, dann nehmen wir mal die. Mit diesen geht es auch nicht. Mit drei Objekte, Soldat! Oh, ja, doch weiss. Steck drei Objekte rein, wenn du hier was wandeln willst! Geht auch nicht. Aber den werde ich nicht schon wieder wandeln. Aber den werde ich nicht schon wieder wandeln. Schraut! 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 Was, was da ist überhaupt nicht? Was ist, wenn man diese hier zusammensteckt? Ich habe das aber auch schon versucht, oder? Steck drei Objekte rein, wenn du hier was wandeln willst! Ich habe 3 oder so drinnen zusammensteckt. Drei Objekte, Soldat! Geht nichts! Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus! Hey! Das ist so doof wie das verschiebt und du die Farben erkennst es fast nicht. Jetzt wird sie aber nicht mehr mit mir reden. Sieht das nicht dabei vielleicht. Der Helfer ist ja voll sicher Seelenstraße. Ich brech dir das Genick! Ich bin der Helfer. Das war's nicht. Ich bin der Helfer. Sieht das nicht. Sieht das nicht. Vielen Dank.